Auch er könnte heute ein Glas Champagner trinken. Es gibt ja Menschen, die ihren Geburtstag am liebsten einfach verschlafen. So wie der französische Pionier der elektronischen Musik, Jean-Michel Jarre. Der wird heute 75 Jahre alt und ist kein Freund von großen Partys, sagen zumindest die, die ihn kennen. Vor mehr als 40 Jahren hat er mit Synthesizern die Musikwelt revolutioniert. Und wir werfen jetzt ein Blick zurück auf einen Künstler, der seinerzeit immer ein Stückchen voraus war.